Jetzt haben sie uns Zorro und dann wollen wir auf die Bühne gehen und zu der Zorro-Tailer gehen. Weil sie auf der Bühne sind, dass sie nicht, 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 dass sie nicht. Das ist ja auch so. Ich hätte bei ihr das so nicht machen können. Wut? 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 I really want to ride. Wir haben gerne auch viendo. i morgens vac Matrix things. Ich mach Zucker. Hi! Hi! Hoto oder Video? Video, natürlich This is Curotail Productions! Abonneert! Now we want to see the camera! Is in the camera? Hi! Das ist Dieakane. Hey, and this is my hand. Hi, cool. Hi. It's an experiment. Nice, better clinic placement. Mercolow placement. Oh, und sie ist lila und pink. Das ist extra für das mit dem Stab. Wow! Wow! Woo! Let's be the pro. Ja, drei. Das war's genauso. Wie war das? Noch längst über zwei Plätze, ey. Der holt sich nen Conflict-Stuff. Da brennen die Enten. Aaaaaaah! Hi! Ah! Ich bin heute wieder mal ein toller Bill Cipher. Natürlich, ich bin immer ein toller Bill Cipher, wenn ich ein Bill Cipher bin. Der denkt gerade oft zu hören. Das ist Navi. Vahai Navi. Hey! Okay. Und das ist der liebe Usaka-Fan und der ist heute mein Robby. Hi! Warte, ich komm runter. Okay. Sag mir zu viel. Hab dich doch nie. Und wir wollen heute mal wieder zur Schießerei. Endlich mal wieder, ey. Oh Gott, wieder runter. Jetzt wird auch mal wieder Zeit. Warum lang? Ja gut. Adrian, wenn der Schlaf heute nicht irgendwo in der Fresse landet, dann habe ich kein Teufel. Ja gut. Oder gegen den Zug. Okay, warte. Vor allem gegen den Zug. Ich glaube, das ist so gegen den Zug gegangen. Eigentlich so. Komm, eigentlich, eigentlich worten wir das Prinzip des Karamelldansen. Karamelldansen oder Macarena. Ja, Macarena habe ich letztes Mal auch. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon mit einem Bild. Das hatten wir schon mit einem Bild. Und jetzt sagen, Karamelldansen machen wir schon. Ich auch nicht. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht. Der hat ein Heuchte. Der hat ein Heuchte. Dass ich ein Robby mal Caramalldansen machen werde. Okay. Warte, was ist das Robby-Mine? Robby, das ist ein Heuchteils. Robby, das ist ein Heuchteils. Ich kann mich nicht machen. Bitte schön. Weg nach Scheiße. Weg nach Scheiße. Weg nach Scheiße. Bitteschön, mach was dummes. Komm schon. Tim, du sollst dumm gucken. Wo war dumm für einen Euro? Für einen, nicht für 10. RTL, reifes Zeug bitte. Und hier sehen sie die dummen hässlichen... Wo sind die fettgekommen? So, sie sind jetzt im Fernsehen. Das Bild gibt es tatsächlich nicht von Nordy, aber du hast da noch diese Nasen rausgekommen, die hab ich nicht. Einen musst du Turo da nehmen, weil wir einen fetten Software brauchen. Fettverwohlschen. Ist das dein Ernst? Du willst das auf meine Jäcke? Ja! Oh! Na, ich zieh dich besser wieder an, das ist saukalt. Na Jens? Wir sind nicht alle Argen. Die Augen sind noch ein bisschen kühlig. Ich war nicht kalt. Ich bin eine Fähne, die ist sehr kalt. Sagt sie jetzt. Ich hab einen Wasserpuff. Ich hab einen Wasserpuff. Das ist kein Wasserpuff. Ja, aber der darf mir doch noch kalt. Jetzt wird sie blöd. Nein. Nein. Dann gehst du mit dem Zebra, los. Was? Krieg dir so einen Zebra? Na, na, ich filme einfach doch los. Ich drück einfach nicht auf Stop dann. Es gibt genug behindertes Zeug hier. Ja, ich war auch voll am Gericht da. Ich hab's gefilmt! Scheiße! Er braucht einen Feuerstein. Ja. Snow ist ein Ehrenmitglied der Domstrangschule für Magie. Oder so. So richtig auf Modeln zu sein. Nein! Für deinen Modell, ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du bist ein Modell. Ein Cosplaymodell. Ey, das ist eine! Das ist eine! Das ist eine! Ja, wie funktioniert das jetzt? So jetzt. Warte, ich guck ja! Ja! Hi! Wie oft willst du diese komische Kamera eigentlich noch auf mich halten will? Ha? Wie oft willst du diese blöde Kamera denn noch auf mich halten will? Keine Ahnung. Autofotografieren, ne? Nee, nur Filmen, aber passt auf. Hey, komm zurück! Das ist gruselig. Und unscharf. Halt! Bin ich so fotogen? Ja, Videogen gerade. Videogen egal. Das Fotogen und das Videogen und das Vermehrte zum Kühlschrank gehen. Ich mein, du hast ja unheimlich viele tolle Bilder bei dir in der Villa. Total. Mein Lebenslauf so. Ja, wunderschön. Ich liebe den so vom Happy-Typen dann einfach zum... Zu, zu, zu du. Ja, zu mir halt. Hast du ja. Hast recht. Hättest du den nicht wirklich klauen können? Ey, dieses Alter mit diesem, äh, mit dem Keto machen. Und es halt so mit dramatischem Musik unterlegen. Leises, der steht auf dem Kopf. Und weil die, äh, die, äh, die Ecke von meiner Schöpfe dran sollen. Oh, da muss ich die dran gehen. Von diesem Kumpel. Was darf ich nicht? Fuck you! Und jetzt wird die Schaum fahren. Mein, das ist das Beste. Ich brauche jetzt nicht mehr. Ja, das ist fein. Okay. Und ich... Ich kann auch etwas, das müsstest du kennen. Ich bin nicht so schnell. 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 Ich hab mich mal gezogen. Das klingt so super mit der Musik dabei. Total. Der arme Stock. Der ist, das ist ein Benscheel. Hätt, ihr ist irgendwie, der arme Benscheel. Das ist aber auch ein Benscheel. Haben wir nicht dabei. Ich dürfte... Ich hätte jetzt ein bisschen in meiner Hose, aber okay. Meine Fänze... Weil es ist eine Gardinenstange gewesen. Wenn ich rausgeh, dann nehm ich den mit. Na dann gegen die... Das Böse ist... Dingshaar kämpfen. Wie heißt das? Der Reichste des Bösen kämpft. Wo sind eigentlich die Bösen? Star Wars ist die Messe des Bösen. Ja. Ich gar nicht. Star Wars ist die Forst des Feebles. Eins. Und die Schaak habe ich... Kann ich gleich wieder dazu machen. Ah, die ist Scheiße. Guckt mal. Was? Jetzt bin ich so. Nein. Nein, ich packe das auch nicht da rein. Ich hab das einfach nur da drückgeklemmt. Ich will gucken, wenn ich ne gute Wick finde für Schaak. Das muss ich dann in dem Moment mal machen. Ja? Willst du die Farbe? Ich darf es jetzt haben, oder willst du ihn gelb? Ja, darf ich... So eine habe ich ungefähr auch die Länge noch ein bisschen länger. Der Schaak ist jetzt wieder zurück. Wir können doch schon einsteigen. Okay. Wie ist das? Wow! Wow! Kackensuppa! Alles gut. Alles gut. Schrauben! 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 Ja, wir können jetzt auch ein bisschen... To me, dann... Well, who won't? Let me, let me, let me I do, I do So, so, brav Let's meet your mammy, mammy, mammy I love, I love you I love you I love you, I love you I love you, I love you I love you I love you That was funny And that was weird Ha, ha, ha Ha, ha Yeah, Dipper, 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 Dipper Oh yeah, Wendion is here Yeah, yeah, unfortunately Brad wasn't there Yeah, that was fun Yeah, that was fun To see you from Diebstcamping Is that... Okay grief Tr variation It's already Shau Who, who, love you Who? Who's bad? Mann, guck mal, guck mal! Das ist ein Fisch! Halt still! Halt still! Halt still! Halt still! Nein, 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 nein! Der ist ein Kuss! Nein! Halt still! Halt still! Hast du jetzt alles gefilmt? Nicht alles, aber vieles! Das hab ich auch gefilmt! Danke! Danke für die Almosen! Das hört man wahrscheinlich so gar nicht einfach. Was? Auf der Kamera wachst du gar nicht. Warte! Warte! Hä? Zum Laut spielen ist das anstrengend. Glaube ich. Apfel stoffen! Was? Immer auf Führung, was? Ja, äh... Ja! Lieber gern! Jackie! Komm her! 8 8 4 10 1 3 2 3 3 4 Hier ist es aufgespricht Voll geil. Das kriegen wir doch mal vernünftig hin. Irgendwann mal. Ja. Danke. Nicht antapsen. Nicht antapsen. Ich kann aber nur das Intro. Ja, mach. Hört mal kaum. Einfach mal. Warum? Man hört mal nicht so. Muss man ja auch nicht hören. Man muss sich da einspielen. Na, verkackt. Wie ist das so schnell? Das ist doch dran. Mach. Kann man irgendwie mit der Kamera tun? Wie war das? Was? Willst du etwas sagen? Pain is hilarious. Was machst du da? Na. f*** schocker 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 so produktiv so produktiv so produktiv richtig produktiv so produktiv ich find die so geil so 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 Tanja! Ah, der ist cool! Da geht er hin? Ah, ein Vino! Du hast den besten Freund gefunden! Ja, ich mach den! Ah! Adrian hat seinen besten Freund gefunden! Oh mein Gott! Adrian hat seinen besten Freund gefunden! Was war das? Das war so richtig kruppelig! Bist du jetzt zufrieden? Ey, bist du jetzt zufrieden, dass du einen besten Freund gefunden hast? Ja! Ah, wir machen jetzt noch mal... Ist die warm? Ist die warm? Ist die warm? War's das? Oder er kommt raus? Du kannst voll gut singen! Du kannst voll gut singen! Ich bin mir als Mabel geguckt! Ja, ich weiß! Ich kenn dich selber! Ich hab mit dir schon mal... ... und Mabel schon gemacht! Da steht in der Shop, ich krieg voll auf! Ich hab mit dir gerade drauf! ... und ein Tankinger! Ich hab mit dir gerade drauf geschrieben! Ich hab mit dir gerade drauf gesehen! Ja, ich hab mit dir gerade drauf gelegt, Ja, ich hab mit dir gerade auf!